Ich habe vor langer Zeit beschlossen, der beste Arzt zu sein, der ich sein kann. Vielleicht nicht der beste Ehemann oder Vater, aber der beste Arzt. Dad, was ist passiert? Alles okay? Es ist meine letzte Operation. Für sowas habe ich keine Zeit. Wenn man sich verliebt, verändert man sich und verzichtet auf gewisse Dinge. Seltsam nicht zu wissen, ob man noch verheiratet ist. Ade. Jack. Jack schläft immer noch mit deiner besten Freundin? Du bist meine beste Freundin. Sei bitte mal ernst. Wann kommen die Gäste? Die Gäste? Einer heute Abend. Amusier dich für uns beide. Vier Nächte, sie reisen Dienstag ab. Abendessen ist um sieben, halb acht, wenn es ihnen lieber ist. Immerhin sind sie... Ich bin der einzige Gast. Stimmt mit ihrem Tisch etwas nicht? Ich möchte nicht allein essen. Oh, sie sind nicht hier, um den Strand zu genießen. Nein, ich bin hier, um mit jemandem zu reden. Es muss sehr verletzend gewesen sein, dass man sie dafür verantwortlich gemacht hat. Seht der gut aus? Jetzt fange ich damit an. Das habe ich gemacht, um meine Schätze sicher aufzuheben. Wo fühlen Sie sich sicher aufgehoben? Ich möchte wieder zurückkommen. Der hat mir erzählt, wie er dich verletzt hat. Es tut mir so leid. Weißt du denn überhaupt noch, wer du wirklich bist? Hör auf damit! Ich möchte, dass du weißt, dass man ziemlich dumm sein muss, um nicht zu erkennen, wie schön es ist, mit dir zusammen zu sein. Sie haben mir meinen Vater zurückgegeben. Sie waren seine Rettung. Wir haben uns gegenseitig gerettet. Der sieht toll aus. Und wenn er jetzt noch eine schmutzige Fantasie hat, oh ja, dann musst du ihn behalten. Es gibt eine Art von Liebe, die einem das Gefühl gibt, dass alles möglich ist. Und du sollst wissen, dass auch du sie erleben kannst. Ein Wochenende hat mein Leben verändert. Für immer.